Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. So, ja wir müssen nach wie vor die Gegner dort besiegen. Und da tue ich mich ein wenig schwer mit. Okay, go! Haua! Mist! Also da tue ich mich echt noch schwer mit den Kämpfen hier. Das gefällt mir gar nicht. Wow! Oh, jetzt kickt mich dieses, ich sag's nicht, einfach von der Plattform. Hm, hm, hm. Ich will jetzt möglichst wenig Tränke verbrauchen, weil ich werde einen Großteil noch brauchen, wenn dann nachher der letzte Dude da ist. Das gefällt mir gar nicht. Nee. Ja! 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 Das olan! Für mich wollte ich eher den Großen. Hm? 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 Ach schade, es haben wir keine Eier mehr. So, jetzt haben wir zumindest mal nur noch die kleinen, die sind einfacher zu handhaben. Weil die kann ich halt auch durch den hier rett einfach. Ups. Kann ich die relativ einfach besiegen. Das schützt mich Protego vor den großen halt nicht. Halleluja. Jetzt kommt das große Problem. Oh, wow. Oh. 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 Na komm, lauf Mädchen. Lauf! Lauf! Boah, du blödes... Mann, wieso läuft sie denn nicht, die dumme Schnalle? Mann. Boah, jetzt habe ich keinen Trank mehr. Das ist gerade bei dem Gegner extrem uncool. Lauf, Mädchen, lauf! Boah, ich hasse es! Oh, und ich habe keinen Trank mehr. Ein Treffer und ich bin tot. Während der noch tausende Treffer braucht. Ich bin echt am überlegen, ob ich den, die Aufgabe tatsächlich nochmal verschiebe. So, ich muss zum einen aber natürlich hier auch nochmal eher den da machen. Bin echt am überlegen, ob ich die Aufgabe nicht nochmal verschiebe. Die ist mir nämlich zu schwer, ehrlich gesagt. auch wenn das eigentlich Level 11 ist. Ich packe es einfach nicht. Boah, was ist das für ein blödes... Lauf! Mann! Das fängt ja schon für scheiße an. Ach, für die Kleinen will ich das doch gar nicht verwenden. Das hat doch überhaupt keine Zukunft, was ich hier gerade mache. Wo kommt ihr blöden Wichser denn eigentlich her? Mann! 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 Lauf! Lauf! Mensch, lauf doch Mädchen! Oh, das ist doch ne blöde Schnalle manchmal. Himmel, Herrgott! Du blöde... Lauf, du blöde Kuh! Mann! Die blöde Olle! Ich drücke W und sie macht... Sie macht diese blöde Kugel, diese blöde Schnalle. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Was kotzt denn die gerade dermaßen an? Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das geht! Mann! Ich kriech nicht mal die hin! Wie soll ich denn dann den Endgegner schaffen? Was ist das eigentlich? Verlangsamt Objekte. Das wäre vielleicht auch ne Option. Das wäre vielleicht auch noch ne Option. Hm. Das gefällt mir gar nicht. Ne, mir auch nicht. Lauf! 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 Du bist doch ne blöde Kuh! Ich hasse es, wenn ich die Taste, die richtige Taste drücke. Und die blöde Schnalle einfach nicht losläuft. Das ist sowas von zum Kotzen. Das ist sowas von zum Kotzen. Diese Art Kämpfe sind überhaupt nicht meins. Das muss ich mir mal dazu sagen. Weder mag ich sie, noch kann ich sie. Das gefällt mir gar nicht. Aua. Lauf! 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 Mann! Wie ich's hasse! Boah! Boah! Sie läuft! Äh, jetzt, okay. Jetzt war ich auf der falschen Taste. Mann! Was hat doch keine Zukunft? Was hat sowas von keine Zukunft? Wenn ich jetzt schon so Tränke nehmen muss. So viele. Ist das doch völlig ohne Chance. Jetzt, jetzt, Mädchen, lauf! Oh! Oh! Oh. Der ist noch nicht mal ansatzweise geschädigt. Was ich von mir nicht behaupten kann. Ich habe nur noch diesen einen Trank. Das hat doch überhaupt keinen Wert. Das hat doch überhaupt keinen Wert. Mädchen. Lauf. Lauf. Nicht Protego. Lauf. Sie läuft nicht. Sie läuft einfach nicht. Diese bekloppte Arschlochmädchen. Mann. Jetzt packt er nicht an dem Ding fest. Ich bin jetzt gleich schon wieder tot. Was mir aber nicht wirklich hilft. Da haben wir noch einen. Lauf. 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 Es ist nicht meins. Es ist absolut nicht meins. Es ist absolut nicht meins. Probieren wir mal. Probieren wir den noch mal. Weil der macht ja überhaupt keinen Sinn. Bei den großen hier. Glaube ich. Oder soll man das mal probieren. Oder soll man das mal probieren. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir. Lauf. 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 Mädchen. Lauf. Lauf. Du blödes... Boah, scheiße. Mann. Boah, ich hasse diese Art Kämpfe dermaßen. Lauf! Lauf! Mann! Lauf, Mädchen. Himmel, Herrgott. Und du blödes Arsch, lass mich hier in Ruhe. Mann. Da kann ich mit dem hier gar nichts anfangen. Da höchstens der dann. Boah, was war das für eine scheiß Aktion. Mann. Ich hasse es einfach. Ich hasse es so sehr. Das muss ich echt sagen. Es ist überhaupt nicht mein Kampf. Überhaupt nicht. Sowas von überhaupt nicht. Was ist das hier eigentlich? Hm. Hm. Der hat eine geringe Reichweite. Das taugt halt nichts. Unsichtbar machen bringt auch nichts. Hm. Vor allem, warum fange ich immer wieder hier an? Das ist der nächste große Mist. Du sollst sie schnappen. Lauf. Lauf. Mann. Lauf, du blöde Kuh. Lauf. Nix, Protego. Lauf. Lauf. Ist das so schwer? Laufen. Mann. 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 Lauf, Mann! Bleib da nicht stehen, du blöde Kuh! Mann, wieso läuft sie denn nicht? Lauf! Nix Protego! Laufen! Das ist doch eigentlich nicht so schwer. Nein! Jetzt ist die blöde Kuh auch noch da runtergefallen. Ich hasse diese Aufgabe. Ich hasse sie! Das ist überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht. Boah! Ist das ein Scheiß! Ja, schnappst du. Ja, schnappst du. Lauf! Mann! Wenn die blöde Kuh einfach nicht das tut, was sie tun soll, nämlich Laufen. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Irgendwo ist noch einer. So, jetzt kommt das Problem hier. Sie läuft wieder nicht. Sie läuft einfach nicht. Mann. Schon mal erwähnt, dass ich das hasse, wenn sie das tut? Oder eben nicht tut? Du blödes Arschloch da hinten. Mann. Hat sie den Trank jetzt genommen? Das war der Maximus-Trank, ne? Boah, das ist schwierig, der Typ. Jetzt habe ich keine Maus mehr. Was soll denn die Scheiße jetzt? Das reagiert nicht mehr auf die Maussteuerung. Das macht das Ganze jetzt natürlich so viel einfacher. Nicht. Da haben wir, aber Siri reagiert nicht mehr. Also das ist ein... Ah, jetzt. Boah. Der trifft einen so unerwartet, vor allen Dingen immer wieder. Also es kommt ganz ohne Warnung. Das kam jetzt mit Warnung, aber das macht es nicht besser. Ich packe es nicht. Ich packe es einfach nicht. So, das ist mal mein letzter Versuch. Danach gehe ich auf den Stand zurück, wo wir außerhalb dieser Aufgabe sind. Weil dann habe ich wirklich die Schnauze dermaßen voll. Dann reicht es mir erstmal. Dann muss ich erstmal gucken, dass wir in irgendeiner Form bessere Zauber oder anderes Besseres kriegen. Ich weiß es noch nicht, aber das wird mir dann zu doof. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde dran. Und das reicht mir. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde dran. 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 Ich bin jetzt schon ein halbe Stunde dran. Oha. Lass das. Mann, du solltest laufen, du blöde Nudel. Buck da nicht dran fest. Lauf, lauf, lauf. Mann. Was genau an Lauf hast du nicht verstanden. Mann. Boah, der ist mit seinen beschissenen Kugeln ein echtes Problem. Jetzt hat er mich gleich schon wieder. Jetzt hat er mich gleich wieder. Ja. Lauf. Okay. Ich gehe jetzt tatsächlich an den Spielstand zurück, wo wir nicht in der Prüfung sind. So, weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu doof. Ich packe es im Moment einfach nicht. Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn ich hier oftmals geflucht habe. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Über Stage rechts. Ja, naja, da war populationsgeladene abgestopt. Vielen Dank.